Die Mounted Games Kids vom Ponyhof der Nieder zeigten auf einer der größten Pferdemessen Österreichs den Amadeus Horse Indoors von 6. bis 9. Dezember 2018 in Salzburg, wie spektakulär, rasant und spannend Mounted Games sind. Die Allstars ließen dabei den Jüngeren den Vortritt, damit auch sie zeigen konnten, auf welch hohem Niveau die 12- bis 17-Jährigen bereits sind. Das war auch eine gute Gelegenheit, die Nerven der Kinder und Ponys zu schulen und an die Tourneeratmosphäre heranzuführen. Super Sportart, dass man die Jugendlichen einfach so die Pferde, um die in die Kulisse reinführt, gibt nichts Besseres. Die Agenturkutzen Die Gểu Die Ecke Die Ecke Die Ecke Die Ecke Für die Reiter selbst waren die Auftritte ein unglaubliches Erlebnis. Sie hatten die einzigartige Möglichkeit, in einer Top-Arena und in einem professionellen Ambiente ihr Können und ihre Nervenstärke zu zeigen, was ihnen offensichtlich auch gelang. Denn der Applaus und das durchwegs positive Feedback des Publikums waren die Belohnung für anstrengende drei Tage. Stop!